3, 2, 1, los! Für die Horde! Auf! Chimmy, willst du wieder? Chimmy, komm! Trau dich! Nee, Chimmy macht dann noch Pussy! Dann mach du mal, Fido! Ja, dann muss ich schieben! Oh je! Silvia, rein! Hier ist noch ein Atom Raid! Auf wen gehen wir? Nicht auf den Boss! Auf den, okay! Der Tank sollte wenigstens auf den Boss gehen! Danke! Jemand mal bitte mal Heimwarte übernehmen, hallo! Äh, Kaela, hast du den Boss bitte? Nimm mal den Boss bitte mal! Oh ja! Halt Kaela, halt Kaela! Oh! Auf! 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 Ja! Wir hatten da gepullt! Ja, wow! Ja, sag doch dem TeamSpeak an, dass du AFK gehst, bitte! Habt ihr wieder nicht zugehört! Du hast halt nie gesagt! Lappiger Klau! Habt ihr noch ne Fede geschätzt? Habt ihr noch ne Fede geschätzt? Er spielt n' runter, ihr schafft das schon! Ey, wir haben nen Skill! Ein Cheek ist draußen! Ja, nicht mit nem Sheep! Resheep! Interrupte den Cast von dem! Oh! Oh! Jetzt ist er drin! Nee, die sparen wir auch für Ragnaros! Das passt schon! Richtig! Ist doch Diamant! Welches soll als nächstes rauskommen? Wenn nicht geht auch Stern! Oh! 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 Downhammer! Hi Drakanishu! Ähm, das ist irgendwie unklug, wenn ihr da in der Mitte kämpft! Ja! Warum ist ihr wie schnell? Ah ja! Langweilig! Langweilig! Weg von der Truhe und bitte aufkratzen! Weg von der Truhe und bitte aufkratzen!